hallo hallo was heißt hier verspätung ich muss doch erstmal diesen stream anteasern übrigens musste ich auch gerade eigenwerbung machen weil in der aktuellen geowissen diese zeitschrift ist ein artikel von mir und über kim hier vom kanal zu finden also krass krass genau also kim hat da über ihre opiat und benzoabhängigkeit geredet ich über crystal also auch für dich mein lieber ja hol sie dir die aktuelle ausgabe von der geowissen ich hol sie mir okay ich freue mich auf jeden fall dass du da bist dass du heute wach bist erzähl uns doch mal kurz warum es beim letzten mal nicht geklappt hat ich war arbeiten und ich bin extra wach geblieben habe mir gedacht komm hast du den sieg an bis auf der couch ist immer eine stunde und dann bin ich kurz eingemickt ich hab dir dann geschrieben das war um 36 und ich habe auch gesehen du hast ein stream gemacht eine reaktion dann gemacht und ich glaube wir haben uns gerade sechs minuten verpasst weil du warst noch online ich glaube du hast den pc gerade runtergefahren ja ich habe so ein alle fragen alle hauptigen gemacht weil ich da ja genau naja egal um so schöner dass du heute da bist du hast dir eine ganz konkrete vorstellung wiederum sollte gehen soll richtig doch drei mmc hast du doch geschrieben instagram naja das ist aber ja was hat noch ein paar andere geschichten okay up to you up to you ich wollte jetzt nur mal eine grobe richtung geben so war ja keine ahnung weil ja weil ich weiß gar nichts mehr vom letzten stream was ich gesagt habe was ich gesagt habe ich schaue mir gerade mal insta an ja keine ahnung also pass auf fang einfach an es gibt anscheinend viel zu bereden und ja deine stunde buddy let's go ja okay ich habe mir nicht diesen monat im letzten monat habe ich mir was gestellt ja 25 gramm 3 mmc und 5 con crystal neff also pass auf ganz kurz du hast mir am 10 november geschrieben geschrieben stream titel 3 mmc plus crystal intravenös beginn und ende des konsums ja genau okay dann let's go also ich hab ja eigentlich gefordert aufzuhören also sprich halt auch nicht komplett aufzuhören als ich im krankenhaus war und ich halt sag ich mal unten halt fast was verloren hätte so weil das wahrheit von wirklich kritisch das ist halt halt weil ich da was rein injiziert habe es sich von innen aufgefressen hätte dann lag ich dann im krankenhaus und war drei wochen an antibiotikum und habe nichts geholfen so nach drei wochen wurde schon operiert wie hat nichts geholfen dass diese entzündung weggeht aus dem penis die wunde die wunde ist nicht verhalt es hat sich von innen hat sich gewebe aufgefressen im penis ja genau durch die injektion in den penis ja genau ich habe es nicht in den schwellkörper rein injiziert sondern zwischen vorhaut und muskeln okay ja genau und dann war es halt so dass der arzt mir schon gesagt hat kann es sein dass ab ist aber ich erinnere mich ja dass du dann das zweite mal dort eingefahren bist weil du wieder das war das zweite mal hat der arzt ja auch gesagt also wenn sie das nächste mal hier ankommen dann amputieren ich in die geschichte ach so ja genau 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 ja auf jeden fall wollte ich dann eigentlich damit aufhören aber dann kam es wieder zu einer bestellung wie gesagt ich habe mir halt 25 gramm 3 rmc bestellt und habe mir halt 5 gramm crystal meth bestellt crystal meth ich habe ja die doku gesehen auf die du reagiert hast genau das meth habe ich gehabt dieses kartell meth die ist das krasse das krasse ich kann okay dann erzähl mal was dazu also wir kennen ja also wir beide kennen ja nun das tschechen crystal was ist der unterschied zum mexican kartell kürste also das wo ich habe in der niederlande hergestellt und das hat hat keine hat fast keine nebenbekommen also also kein muss ich vorstellen als ja ja dazu komme ich noch ich habe mir das bestellt habe gesehen okay es kommt das an die parkestation ich hätte noch mal schlafen müssen wegen der arbeit konnte ich einfach nicht ich musste einfach abholen so dann bin ich da hingegangen halt total paranoid meine eier die haben halt schon geflattert ohne ende nicht dass das irgendein polizeich oder so weiter habe ich dann abgeholt und bin nach hause gekommen so habe ich mir das mal angeschaut und es war genauso es war halt nicht dieser so eine riesen procken sondern kleine lange komplett durch die stücke als ob es eine glascheibe wäre also immens rein dann habe ich abgewogen und ich musste ich war übermüdet auf die arbeit ich habe 0,05 in eine 1,5 liter wasserflasche reingemacht ja ok und das ganze hat mich so sehr geschoben dass ich dann quasi den ganzen tag wach war also sehr motiviert war aber halt nicht wirklich drauf war so dann war ich halt arbeiten ganz normal energieschub ohne ende hat auch alles soweit gut funktioniert und dann habe ich mich schlafen gelegt das hat funktioniert für drei stunden und dann hat wieder nachgelegt wie geht wie konsumiert gezogen oder geraucht du also du hast du trinkst das crystal ich hab das bis dahin getrunken weil ziehen also ich stehe nicht so auf schmerzen weißt du und spritzen wollte ich einfach nicht mehr und dann habe ich halt einfach getrunken obwohl das das ziehen von allein zehn natürlich für 90 prozent konsumenten dazugehört dass es wehtut in der nase ja aber das ist überhaupt nicht so meister das ist genauso wie drei amt wenn ich das ist auch so ein grund warum ich hier wieder intravenös gemacht habe weil es einfach nicht möglich ist meine nase ist komplett offen in wenn ich halt nase tut es kommt immer blut raus und so weiter das ist einfach nix einfach im eimer ja genau und dann war es halt so dass ich besuch hatte und da haben wir halt drei mc mit christmas gemischt das ganze ging vor acht stunden und danach ging die nase nicht mehr dann sind wir zur apotheke gefahren und habe ich wieder spritzen geholt okay bei dir und dann hat es wieder angefangen dann bin ich hergegangen und am anfang 023 mc mit 0,05 christmas gemischt mhm darf ich kurz was fragen äh ist überschrift chemsex nein das war das war nur kurz aber das ist keine überschrift okay also das war jetzt nicht also der besuch weiß kein sexualpartner ähm nein also das war halt es ging halt schon in die richtung chemsex aber das war halt einmalig okay sagen ich mal so und ja dann hat es halt musst du auch vorstellen also drei mc die wirkung von drei mc bloß drei stunden lang durch das christel und dann ist die person genau und dann ist die person irgendwann gegangen dann war noch ein kollege von mir da den habe ich halt ein bisschen was ausgegeben äh und ähm der hat halt dann wirklich da war auf dem tisch lag ein körnchen ein körnchen er hat das körnchen auf die zunge gelegt und war zweiter lang crystal oder drei mc also das war ja also das ist also ein konsument der ist nicht so geübt sondern ähm hat das einfaches mal genascht ein körnchen mexiken kristel nein 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 er ist opiat erfahren und so weiter das crystal erfahren und hier bei uns wo ich wohne ähm es gibt zwei abend von pep gestreckte scheiße und mit crystal gemischt ja so und äh wenn er halt ab und zu beim kollegen ist und äh die ziehen da was dann ist es zu 90 prozent der christian meff sondern so aber die wissen es halt einfach war ja in dieser äh weiß doku ähnlich wo die ähm dieses dieses beat getestet haben und da war halt auch crystal drin ja genau das ist bei uns hier gang und gäbe es so ähm aber ich habe auch viel in der doku gesehen so wo ich auch komplett widersprechen kann genauso wie du auch also zum beispiel preise 180 euros gramm und solche späße ach so ich bezahle für ein gramm reines crystal meth mit 98,6 prozent oder 70 euro ja das sind ja die preise die ich kenne genau ja laborteste zu machen ja und dann war es halt so dann ist ja ähm ich konnte da nicht mehr arbeiten gehen das ging einfach nicht total übermietet und dann war ich komplett entmarschen so und dann bin ich hergegangen hab mich krank gesch- also bei meinem arzt und hab mich krank schreiben lassen für zwei tage weil du doch schon dann auf dem dach doch schon auf abklatsch dann warst also also ich war fünf tage lang nein noch nicht ich war erst fünf tage lang war und musstest einfach nur pennen weil es crystal dann aufgehört hatte ja aber ich konnte nicht schlafen weil ich auf bisschen also es hält halt also dieses also wenn du das mal sagen wirst ein normales tschechen crystal versus äh kartell crystal mal zwei mal drei mal zehn ich kenne ich muss doch ganz ehrlich sagen ich habe davor ein einziges mal crystal meth genommen und ähm ich glaube das sah so ähnlich aus das waren auch längere kristalle sehr durchsichtig ich habe noch nicht wirklich die christmas erfahrung ok und ähm ich kam dann wieder bei mir in die haustür rein und auf einmal hat es zack gemacht dann habe ich ich weiß nicht also ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll mein gehirn hat komplett verrückt gespielt ich dachte auf einmal ich wäre auf lsd gewesen ich höre draußen im treppenflur höre ich leute ich höre im garten leute auf einmal sehe ich meine türklinke dass die hoch und runter geht ich gehe langsam hin ziehe die tür auf da ist niemand mache die zu und höre von draußen ey wir kommen jetzt rein pass auf bla 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 mache die wieder auf und da ist schon wieder niemand klingt nach psychose ich habe keine psychose gehabt das war denke ich nur weil ich drauf war weil ich zu lange wach war aber psychose habe ich keine gehabt so und dann ähm habe ich unten ein zettel durch die tür durchgeschoben aber draußen war ja niemand erzähl kann man wieder zurück ne moment moment jetzt muss ich mich erst mal hinsetzen das ist ja wie im film also du hast lass mich mal kurz mal zusammenfassen du warst in deiner wohnung hast stimmen gehört warst hammermäßig drauf und hast einen zettel unter der tür durchgeschoben was stand auf dem zettel drauf haut ab das war kein zettel das hat nur durchgeschoben schon was passiert und dann kam der zettel wieder zurück und mein kopf dachte ja oh das ist schlecht ja Achtung ja und ähm ich habe dann gedacht die wollen wirklich bei mir einbrechen aber keine ahnung ich habe mir gedacht vielleicht haben die mir LSD irgendwie runtergeschoben sind bei mir eingebrochen haben sie mein Glas geschmissen oder sowas und dann bin ich hergegangen habe das Handy rausgeholt und habe die 110 angerufen und hat gesagt bei mir versuche ich mal einen zu brechen ok habe noch zwei Konkruste Maffee gehabt und noch fünf Gramm und drei MC bin hier komplett ausgeflippt habe alles weggeschmissen habe alles entsorgt habe alles quasi die komplette Bude gereinigt aber am Ende das hat niemand gekonnt wie es die Polizei ist keiner gekommen nein weil ich war halt man hat es gehört dass ich komplett unterwegs bist nicht besser genau unterwegs war na Moment aber wenn ja gut aber ich meine du kannst ja komplett unterwegs sein und es kann trotzdem jemand einbrechen ja aber ich war sehr wie sagt man hektisch und aufgeregt also es war halt nicht es war ganz deutlich zu hören dass ja das ist halt er hat es wurde niemand vorbeigeschickt das war ein großes Glück ok aber der Stoff war weg den hast du weggeschmissen ja da habe ich gut nachgestellt ich habe schon so eine das V gelöst gehabt aber habe ich alles wieder drunter gekippt ok ja es hat zu viel zu ja und dann habe ich halt ein bisschen Pause gemacht wie lange ist das her jetzt einen Monat ok und seitdem das dann quasi war habe ich auch sag ich mal da wo ich mal bestellt habe gewechselt zu jemand anderem und habe mir jetzt auch Dings bestellt also ich hatte mir jetzt 30 Gramm 3MMC bestellt und habe quasi angefangen zu verkaufen oh ok ja würde ich dich bitten jetzt vielleicht gar nicht so sehr in diese Geschichten reinzugehen ja weil das ist ein bisschen ähm grenzwertig ähm warum immer noch 3MMC ähm wie soll ich sagen also es gibt Leute die bleiben auf irgendwas kleben zum Beispiel bei mir war ich habe schon vieles ausgetestet so ich habe eigentlich alles getestet außer außer Opiate und das Einzige was mich wirklich gecashed hat das war halt 3MMC das ist halt so meins und ich weiß nicht also ich brauche es jetzt nicht jeden Tag oder so aber wenn ich es halt da habe konsumiere ich jeden Tag quasi ich habe jetzt zum Beispiel auch Dings da gehabt ich habe jetzt 30 Gramm da gehabt die Hälfte habe ich gehalten und ich war jetzt 3 Tage Dauer drauf und das ist ja Du hast dir jetzt 3 Tage nicht geschlafen äh doch ich habe gestern geschlafen ich war auch zwischendrin arbeiten aber die Qualität von dem ist halt also ich habe noch nicht so Gutes gehabt ich habe quasi keine Nebenwirkung gespürt also ich weiß nicht aber Buddy also 3MMC habe ich zum Beispiel nie genommen kenne aber 3MMC aus deiner Erzählung und von BDSM Peter und was da oft einfach kommt ist dass man ja schon nach 3MMC eine massive Depression bekommt das merke ich bei dir gar nicht nein ich bekomme keine Depression weil ich denke entweder ich bin es gewöhnt oder ich habe also ich habe einfach eine sehr sehr gute Qualität ohne Streckungsmittel alles ohne Streckungsmittel komplett rein komplett clean also wenn ich ich habe das ja heute auch genommen also ich habe noch gar nicht geschlafen und ich habe gestern angefangen um 23 Uhr und habe jetzt glaube ich die letzten 4-5 Gramm halt intravenös und ich habe jetzt das letzte Mal habe ich genommen um 6 Uhr und ich habe kein runterkommen gehabt gar nichts also wenn du wenn ich davon halt runterkomme ich merke die WK geht runter dann ist es so ein langsames runterfahren aber du bist dann ganz normal also du hast davon keine Depression oder Ähnliches sondern es ist halt ja das sagt ich mal der Nebenwirkung an ich muss mal kurz dir was Kommentar beantworten also ich kann es dir auch mal vorlesen Tillmann schreibt ist es normal solche Filme zu schieben Chiara hat ja auch erzählt wie sie nach 5 Tagen wach in ihrer Wohnung Stimmen gehört hat sich Leute eingebildet hat kommt das vom Schlafentzug oder von der Droge da habe ich geschrieben ja nach Tagen ohne Schlaf dreht man einfach ein bisschen durch ist ja auch so Körper braucht Schlaf bitte der Körper braucht den Schlaf entziehst du den Schlaf aber ich bin der Körper verrückt ja komplett ja ich denke das Gehirn also obwohl der Körper wach ist auf 3 mit dem C oder auf Crystal das Gehirn braucht halt seine Ruhephasen wenn du die Ruhephasen tagelang entziehst fängt das halt an zu halluzinieren auch das Gehirn ja das muss man schon so sagen also ich hatte das Problem gehabt wo ich dann auf Crystal war und die 3 Stunden geschlafen hab ich der Körper hat geschlafen aber auch nicht ich lag in meinem Bett die Augen also die Augen waren noch so ein bisschen offen ich hab dann quasi schon meinen Traum gehabt aber bin jedes Mal wieder aufgewacht und hab mir Angst zu träumen aufgewacht also du hast nicht wirklich Schlaf bekommen sondern du wurdest quasi zwanghaft wachgehalten durch das Zeug du kommst nicht in die Tiefschlafphasen du liegst halt nur da und rust ein bisschen aber wirklich pennen tust du nicht weil das Zeug arbeitet einfach massiv in einem mein Lieber was machst du denn so die ganze Zeit auf 3MMC du bist ja dann allein auch zu Hause was machst du da so chillen ich sag's mal so viele benutzen das ja auch für Jamsex aber das Problem ist halt Skatquelle ist halt momentan nicht da und dann bracht das keinen Sinn so weißt du weil wenn du halt 3MMC genommen hast bekommst du eine sexuelle Dysfunktion und dann ist vorbei dann kriegt sich gar nichts da kannst du auch Kamakra, Viagra alles mögliche ohne Skat läuft ja nichts Skat viele wissen jetzt nicht was Skat ist aber Skat hatten wir ja schon mal so ein Potenzmittel für Tiere nein es gibt es ist nur alle Potenzmittel was wir haben Viagra, Kamakra tut die Reize zu verstärken es gibt aber Menschen die haben Umfeld gehabt die haben eine Fehlbildung und die empfinden diese Reize gar nicht das heißt wenn du halt unten anfassen würdest dann würde er nicht irrigieren und dieses Skat spritzt einen Schwellkörper rein und es erzwingt quasi das Blut in den Kines fließt und er halt irrigiert so also quasi körperliche kann man sagen dass würdest du sagen du bist 3MMC süchtig nein wieso nicht wenn ich es habe wenn ich es habe konsumiere ich hast du es doch fast immer wenn ich es nicht habe nein ich habe es jetzt drei vier Tage gehabt und jetzt ist es wieder vorbei okay aber 3MMC war ja schon früher bei dir in Verbindung schon mit Sex Chemsex ja genau so habe ich es ja kennengelernt das wollte ich jetzt nochmal wissen genau aber dieser Chemsex ist ja fast weggegangen muss man sagen und das 3MMC ist geblieben ja sagen wir uns das so bei der letzten Bestellung ist nicht diesmal so im letzten Monat habe ich einen Kollegen hier gehabt und er kannte es gar nicht so und dann habe ich dem halt nicht was gegeben und habe nicht was genommen und der fand es okay der fand es lustig so aber du kannst halt auch auf dem Zeug auch ganz normal chillen sag ich mal Empathie steigert hier auch heißt jetzt nicht dass du von dem Zeug immer direkt geil bist oder sowas in der Art ich finde es ist halt so wenn du es halt intravenös nimmst ist es eine ganz andere Wirkung als wenn du es massal nehmen würdest Henk harmlos schreibt ist das 3CMC wird jetzt in Holland als Alternative zum verbotenen 3MMC verkauft soll weniger Nebenwirkungen haben also ich habe ein einziges Mal das 3MMC also das 3CMC genommen und ich muss sagen also das war überhaupt nicht mir ging es dann nach einfach so schlecht ich war genau ich war danach depressiv ich war antriebslos hat mir gar nicht gefallen war auch nicht löslich in Kopfhalsflüssen oder ähnliches also von daher auch gut interessant ok also 3CMC ist jetzt lohnt sich nicht sage ich es mal wenn dann schon 3MMC versuch doch nochmal die Wirkung für Leute auch so für mich mal ein bisschen bildlich zu machen also du hast ja Leute sitzen die kennen Crystal die kennen Opiate Kiff wie auch immer warum was holt die an 3MMC so ab also warum nicht nur Crystal oder Pillen oder Ecstasy weil das mich nicht interessiert das ist für mich ist das andere Zeug uninteressant für mich ist Kiffen Alkohol Opiate und der ganz andere Müll das ist das Tern zwar schon aber ist halt nicht so meins bei 3MMC ist es halt so es kommt darauf an wie du es nimmst beziehungsweise wie viel du genommen hast und wie hoch deine Toleranz ist und wie halt dein Serotonin und Nordrhein-Spiegel ist so und wenn der halt noch da ist hast du eine starke Wirkung ich würde es halt beschreiben wie eine Mischung von Kokain und MDMA ohne dieses ohne dieses Irre auf dem Koks sondern schon Koks mit so einem leichten Wohlfühl Ecstasy Charakter genau okay und dann es hält ja nicht lange an es hält ja eine Stunde an oder so und dann kommst du wieder runter das ist ja genau der richtige Ausgleich von eine gute Zeit aber nicht zu lange okay okay 3MMC Frage nee Fragen gibt es nicht Leonie schreibt Opiate muss man einmal gescheit nehmen dann sieht man es sofort naja gut anderes Thema was was geht es sonst gerade in deinem Leben mein Lieber was was stört dich was läuft gut was läuft scheiße wie schätzt du dich selber gerade ein also ich sag es mal so privat läuft es gerade nicht so gut beruflich läuft es schon besser du hast so eine Freundin oder ich hatte eine Freundin also die war ja noch aktuell als wir das erste Mal gestreamt haben und jetzt ist die nicht mehr da ja das ist ja noch eine Geschichte ich habe die ganze Zeit arbeiten und sie war halt nicht arbeiten dann habe ich halt ein bisschen mehr gearbeitet damit wir mehr Geld haben und die gute Dame hat halt gemeint sie müsste woanders hingehen und müsste sich halt jemanden anlachen so und schreibt mir dann halt eine SMS schaue mal WhatsApp rein und dann macht sie halt Schluss ach das ist ja der neue Style sag ich mal von der Generation XY wir machen jetzt per WhatsApp Schluss ja das ist halt so an und gäbe anscheinend wie geht es dir damit das war am Anfang war es halt schwierig es war halt eine lange Beziehung sag ich mal wenn eine Beziehung nicht so lange ist dann ist es halt eher kannst du es eher verkraften aber halt nicht wenn du die Wohnung bezahlt hast das Essen bezahlt hast das Zeug bezahlt hast und dir einfach geht hat sie auch konsumiert ab und zu was hat sie zu diesen was hat sie zu diesen Penis Chemsex Geschichten gesagt da waren wir schon getrennt wo es passiert ist gut okay aber wir haben auch zusammen schon Chemsex praktiziert kann man so sagen auf 3MMC oder auf anderen Sachen nein also sie hat also ich zum Beispiel Speed am Vitamin kannte ich damals gar nicht natürlich interessiert sie hat es quasi mitgebracht und das hat man immer wieder erholt mal öfter mal wieder öfter war zusammen am Hartzell gewacht und ich denke das hat die Beziehung auch einfach belastet dass es zum Ende einfach nicht mehr funktioniert hat so es war dann so verständlich ich dachte dann habe ich mal 3MMC bestellt hat sie halt auch gefeiert haben wir auch ein paar Mal genommen aber im Endeffekt ist das auch nicht wirklich eine Beziehung so mit Drogen so eine Beziehung hat es eigentlich ganz super sucht man soll ja sowas überhaupt nicht in die Beziehung reinbringen und im Endeffekt wenn ich die Beziehung jetzt so am Ziel bin ich froh das ist vorbei weil es gibt Beziehungen die haben sich sehr schade aber rückblickend ist es bei Jengs egal ok also hast du abgeschlossen damit ja genau schon komplett damit abgeschlossen aber ich kann jetzt auch keine neue Freundin suchen und ich will auch keine neue Freundin haben sag ich mal die auch konsumiert weil ich kann nicht mehr ab und zu was spritzen und eine Freundin haben das ist einfach nicht also ich sag mal die Akzeptanz für intravenösen Konsum ist jetzt schon wieder da ja so ich hab jetzt 15 Gramm in drei Tagen intravenöse 15 Gramm drei MMC in drei Tagen ist das viel ja aber ich hab jetzt zum Beispiel angefangen mit 0,2 intravenöse und es steigert sich halt hoch und gestern hab ich bei 0,6 0,8 nichts mehr gemerkt also ich hab gemerkt es war drinnen ich hab ein bisschen was gemerkt aber dieser Wasch war nicht da bei drei MMC wenn du es intravenöse konsumierst hast du eine Wasch also wird frei also vom Gehirn halt ausgeschüttet und dann spürst du das halt einfach es ist sehr sehr intensiv und jedes Mal wo du nachlegst oder noch mal was nimmst wird es weniger und weniger und weniger also die Toleranz ist schon sehr gegeben die Toleranz steckt sofort an bei jedem Kissen wie viel hast du jetzt noch da wie lange wird es noch gehen heute leer heute machst du es alle es ist schon leer aha okay also hast du heute und morgen noch Chill-Tag und Montag geht es wieder zurück auf Arbeit nö ich gehe heute arbeiten ganz normal und ich arbeite bis Dienstag also kann man mal sagen mein lieber Chemie dir geht es momentan gut ja also mehr oder weniger also beruflich auf jeden Fall sehr gut ich wurde das übernommen von der Firma und habe das auch Resultat zu Weiterbildung und so weiter und für mich auch also angenommen sehr gut angenommen habe da jetzt auch sag ich mal so mäßig die Arbeit gewechselt und habe jetzt da eine neue Stelle gefunden die einfach perfekt zu mir passt und ich bin dort eigentlich sehr sehr zufrieden mit den Arbeitskollegen zufrieden letzte Arbeit war halt eher so schleppend Stress da gehabt mit Arbeitskollegen Stress hier gehabt und ja ist das viel besser Tillmann hat einen guten Einwand den kann ich dir mal vorlesen 5 Gramm Fremdkörper am Tag ins Blut Slammen das muss doch Nebenwirkungen haben also wenn ich ja ja okay ich sag's mal so wenn ich konsumiert habe und ich bin jemand ich dosiere gerne hoch dann bei 3Mc ist es so dass deine Hände werden zittrig wie bei Parkinson wenn du drauf bist oder wenn du dann entziehst nein wenn du drauf bist deine Augen also deine Pupillen die werden halt richtig auf also das ist dann quasi keine Farbe mehr und wenn du auch sehr hoch dosierst deine Augen flackern hin und her das ist sauber beängstigend oder nur für den der mich anschaut also ich ich merke das nicht das war ich hab mir aber ich wollte mal schon wie groß die Pupillen sind und hab mir eine Kamera gelinst und das war wirklich das war also ich weiß das ganze Horrorfilme wo die Augen so rechts links rechts links gehen ich hab die Kamera geschaut und hab gesehen das eine Auge geht nach rechts das andere nach links oben unten rechts links aber für dich sieht das alles normal aus meinst du nicht dass du das alles ein bisschen schön redest ohne dir das zu nahe treten zu wollen aber das klingt ja schon beängstigend alles weißt du ja also ich will das nicht sagen also ich sag jetzt nicht ihr könnt auf jeden Fall drei AMC ohne Probleme konsumieren ohne dass euch irgendwas passiert natürlich hat man irgendwo ein Risiko aber wenn man halt so wie ich jetzt zum Beispiel ich hol mir ein oder was dann konsumiere ich das und dann ist ein Monat vor und das ist dann meine Pause wenn ich jetzt den ganzen Tag konsumieren würde beziehungsweise den ganzen Monat würde ich schlicht wieder anders da aussehen habe ich mir auch schon überlegt der Konsum ist auf jeden Fall problematisch so ist ja keine Frage normal ist es ja auf jeden Fall nicht aber es hält sich aktuell noch in Grenzen warum kannst du sich einfach lassen darüber habe ich auch immer noch gedacht ich glaube mittlerweile sogar dass ich so ein bisschen Polytechnopharm angetatscht bin also wenn ich jetzt zum Beispiel nichts habe trinke ich dann ein Bierchen auch dann ein Joint oder sowas also ich bin meistens nicht also nicht am Hardcore konsumieren sondern gelegentlich so dass es halt eigentlich dazu gehört bei mir mittlerweile also Konsum gehört dazu also der Körper der Geist braucht immer was womit er sich stofflich auseinandersetzen kann kann man ja so sagen oder also ich lenke mich gerne damit ab wovon ja wenn ich halt daheim bin und nichts zu tun habe könnte man eine Runde joggen gehen oder in eine Muckibude das war anstrengend kein Bock nein gar kein Bock man könnte ein Instrument lernen auch kein Bock dann lieber konsumieren naja ist ja auch völlig ich vorteile das gar nicht sondern frage ja so nach und will wir reden ja auch schon seit einer Weide zusammen ja einfacher gründen was so dahinter steht ja was steht so dahinter ähm Leonie schreibt noch das ist beim Age genauso krass wie jeder seine eigene Torgartenfrück danach wird also es geht ja um Heroin ähm ja es ist halt der Punkt und das das sehe ich bei dir und das sage ich auch bei mir es gibt für jeden ja die perfekte Droge bei dir ist es anscheinend 3 MMC bei mir war es damals Crystal bei Leonie anscheinend Opiate Heroin also jeder ist ja auch anders richtig ja ja also ich würde also ich würde in meinem ganzen Leben ähm nicht Opiate anfassen das einzige Opiat mäßige was ich mal genommen habe war Tilly Dean da habe ich mir wie gesagt das 3 MMC und das Custard bestellt was kam an 20 Tilly Deans und 20 das war doch vor kurzem erst da haben wir schon darüber gesprochen genau in einem Stream in dem letzten Stream sogar dass du oder wir wollten drüber reden und dann ging es irgendwie nicht du hattest da eine fette Bestellung aufgegeben und das komplett falsche Paket kam an ja genau geh da nochmal rein erzähl nochmal was hast du bestellt und was kam an also ich hab bestellt 25 Gramm 3 MMC und 5 Gramm Crystal Meth für ich glaube 500 Euro oder so und dann kam aber was anderes an ich hab noch ein Bild davon bestellt was angekommen und hab ein Re-Chip bekommen also es wird neu versendet und das Zeug das konnte ich gebrauchen ich hab die Tabletten mal ein bisschen genommen also ich hab dann angefangen mit Tilly Dean 1,2 dann nochmal 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 am Ende waren es 14 Stück ich genommen hab und 5,6 Tilly Dean dann bin ich erstmal aufs Klo gegangen und hab halt alles wieder raus weil bei mir ist es so wenn ich jetzt sowas nehme wie Tilly Dean hab ich eine 50,50% Schoss dass ich mich übergeben muss ok weil es war jetzt nur Piat ja genau und hab dann den Rest den ich noch hatte hab ich dann verkauft günstig an Freunde und ja so war es dann halt dann kommt eine neue Bestellung an und dann Tillmann schreibt gerade hast du nicht damals erzählt dass du nur die Benzos genommen hattest ne das war Tilly ne das war auf jeden Fall es war Tilly Dean und die ja sie fahren die ich bekommen vielleicht hab ich mich damals vertan aber diese Platten achso die verpacken hab ich noch ja ok also man muss einfach sagen Tilly Dean Opiate Benzos holen die jetzt gar nicht so ab es ist 3 MMC ja ja genau ich weiß nicht also ich ich find daran nix an diesen Opiaten also ich hab ja die ganz harten Opiaten die hab ich ja gar nicht genommen ich hab damals meinen besten Freund an Oxycodon verloren und seitdem mach ich da einen ganz 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 weiten Boden drum weil ich sag mal wenn eine Person stirbt für die Person die stirbt der Person ist es ja scheißegal so aber das Leid was da hingelassen wird so und wenn du dann halt zu der Mutter gehen musst und musst dann erklären dass dein Sohn Oxycodon genommen hat wegen Rückenschmerzen und hast ihn weggeballert und ist dann gestorben so ist das halt sehr verletzend nicht nur weil du es der Person erzählen musst sondern du siehst deine Mutter die dann anfängt zu weinen und es nicht versteht Hast du das machen müssen? Ja ich war der Einzige der das wusste Ja das ist schon länger her dass du drüber geredet hast oder? Das war glaube ich ganz normal Ja das war aber das sind dabei sieben Jahre her aber super hinweg bin ich immer nicht Irre Wie schätzt du eigentlich die 3MMC Szene so ein? Bist du der Einzige so in deinem Umfeld der das konsumiert oder ist das kommt das jetzt immer mehr? Es kommt immer mehr das war ja auch in der Doku zum Beispiel Mephetron Mephetron ist 4MMC 300 Das ist ja diese Chemsex Sachen so wie Christian Meph und so weiter Das ist ja eigentlich ursprünglich ist es ja aus der Gay Szene sag ich mal aus der Chemsex Szene Wie Popos zum Beispiel Aber ja Popos ist übertrieben krass verprallt aber Popos ist auch überhaupt nicht meins feier ich überhaupt nicht Also ich schreibe ja gerade in meinem autobiografischen Text immer noch und bin gerade im Jahr 98 2099 und wir haben ja damals Popos auf LSD und Pilzen gezogen ja und das waren so Momente wo ich kurz vorm Wahnsinn stand also wenn du wenn du richtig fett auf Pilze und LSD bist und dir dann Popos alle zwei Minuten reinziehst ey Buddy da bist du fast schon im Vorhof der Hölle krank ich hab mir das neue LSD bestellt das legale das 1D LSD und ich kann LSD ja und LSD kann ich dir easy zwei Pappen auf einmal nehmen so so chemie hörst du mich noch check one two bist grad nicht jetzt bist du wieder da jetzt bist du wieder da also wir waren stehen geblieben du kannst locker zwei Pappen LSD auf einmal nehmen genau ich hab mir 1D LSD bestellt also 1D LSD ist das neue LSD analog wenn du das nimmst wird das im Körper quasi umgewandelt zu LSD 25 original LSD aber jedes Analog wirkt immer ein bisschen anders da so ungefähr wie 1P LSD kann man das quasi vergleichen und ich hab hier jemanden kennengelernt wir konsumieren öfter zusammen 3NMC so der kam mal bei mir vorbei und hat 3NMC und Kokain mitgebracht und dann hab ich mir das auch ein bisschen ausgegeben so und der kam vorbei und ich hab halt LSD schon genommen und auf einmal sehe ich so die Farben verändern sich so im Raum ich denke was ist hier schon wieder los also ich hab LSD genommen und dann wollten wir halt ein bisschen 3NMC lernen und es hat erst schon nicht funktioniert ich hab mir neue Spritzen geholt bestellt in der Apotheke hab mir einen Wenigstaube wieder bestellt weil alles kaputt war und das hat alles was ich erinnere und da wir wollten anfangen und dann denke ich mir wo ist denn der Wenigstaube ist denn der Wenigstaube ich hab ihn einfach nicht gefunden dann war er bei mir im Schrank drin und hab ich ihn rausgeholt und ich wollte halt anfangen und ich sehe halt meine Wehen und gehe nach rechts links rechts links oben unten war eigentlich nicht möglich dann hab ich mir einen Wenigstaube angesetzt aber falsch angesetzt der hat er nicht geklemmt so dann hat er mir das halt ein Intervenus gespritzt und da fing ich talking und von der auf hat nicht funktioniert dann ging einfach nicht auf und dann hab ich gedacht was ist jetzt schon wieder los und dann hab ich Panik bekommen nicht dass der es so schnell aufmacht und das ganze Zeug rastert und so wild rum weil ich gehe her einen Wenigstaube kannst du oben drauf drücken dann springt er auf oder du drückst an der Seite drauf und dann löst er sich langsam dann hat er ihn zusammengehalten und ich hab ihn langsam aufgemacht und dann dann ist es halt also ich hab's nicht gemerkt also ich hab die 3MMC nicht gemerkt und es war 0,3 und dann hat es angefangen zu fliegen also wenn ich LSD mit 3MMC kombiniere dann schiebt das LSD nochmal ganz anders da also ist viel intensiver ok also man kann anscheinend 3MMC mit fast allen Drogen kombinieren kann das so sein ja das kann so sein was für eine Droge die jetzt gar nicht passt zu 3MMC ähm puh Alkohol Alkohol ok was passiert da Herzstraßen Blutdruckdruck ah ok und kippt und kippt auch nicht also wenn du raus geht auch also die Pumpe geht sofort nach oben und das merkst du sofort also ich trinke gerne diese diese ja wie soll ich sagen diese Tiki Cola Dinge auch die Ginnsticken ich trinke da ein paar mal dran also wirklich ich nipp nur dran und ich spüre wie das Herz halt anfängt zu pumpen durch Koffein nein durch den Alkohol ach durch den Alkohol ok ok also Alkohol und 3MMC ist schon ein No-Go und genau und halt Kiffen Kiffen genau aber ich habe immer versucht sag ich mal aufzuhören aber das ist nicht möglich irgendwo ich will aufhören aber es ist nur warum warum wirst du denn aufhören weil ich jetzt sag ich mal einen Arbeitsplatz habe der mir wichtig ist und wenn ich da halt hingehe und irgendeine Scheiße mache und irgendwas kaputt mache oder so bekomme ich halt Probleme ich wurde kraftfrecht übernommen sag ich mal und ich will den Arbeitsplatz dadurch nicht verlieren ich habe ja immer Alkohol quasi wegen dieser ganzen Drogenscheiße verloren weil ich dreimal oder zweimal im Krankenhaus war für sechs Wochen insgesamt weil du dich so ausgenockt hast dass du da einfach nicht mehr vorstellig sein konntest nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen konntest weil halt das mit dem Penis passiert ist und wie auch immer also man muss schon sagen dein Drogenkonsum hat schon teils heftige Auswirkungen auf den Alltag ja genau und bei 3AMC ist auch nicht ohne also du kannst 3AMC nicht mit was anderem vergleichen das war letztens zum Beispiel auch so wo ich ja das Crystal genommen habe und das kombiniert habe glaubst du mir ich bin aufgewacht und ich denke warum tut mir mein Ding so weh ich schaue das an und du hast unten so eine Ader Einstichloch linke Seite 5,6 Einstichlöcher und ich denke mir oh nein nicht schon wieder und ich hab mir dann schnell wieder 8 Mal unten was reingespritzt du wusstest das nicht mehr nein ich wusste es nicht du hast dir schon wieder 8 Mal den Penis gespritzt und hast das nicht mehr gewusst ja klingt nach absoluten Kontrollverlust bei 3AMC so in hohen Dosen zum Beispiel wenn du hohe Dosen nimmst und immer wieder nimmst wieder nimmst wieder nimmst das ist das Craving also das Nachlegen die gehen nach dem Substanz nach und zum wenn du halt eine gewisse Dosis hast oder lange Zeit wach bist du wirst zum Zombie du konsumierst du konsumierst bis leer ist auf Deutsch gesagt und das ist das Gefährliche wenn du online konsumierst das hatte ich aber auf Koks auch ich feiere Koks gar nicht ich von Koks werde ich immer so gechillt und Koks ist weil mir wie Hasch auf einem Koks wirst du gechillt okay gut naja ja komplett gechillt okay und warte mal also bei den letzten 3MMC Session ist das mit diesem Penis wieder passiert ähm nein das war vorletztes Mal letztes Mal war ja die Tage aber das ist halt da hab ich halt gemischt wie gesagt für StMF und 3MMC zusammen und das war auch nicht richtig auch jetzt zum Beispiel hab ich das auch wieder gemerkt wenn ich mir meine Arme anschaue brauche ich nicht drüber zu reden ist nicht gut willst du mal ein Foto machen das könnte ich im Stream zeigen ja warte mal aber es hat mich als Kamera ja man könnte es ja mal also wenn du möchtest also du könntest mir über Insta schicken ich lad's mal schnell runter und da wird man mal eine Vorstellung bekommen wenn du das möchtest also ich würde jetzt nicht zu irgendwas drängen telefonierst du gerade mit dem Handy auch ah ok ja also wäre gut ich bin mal kurz ruhig wenn du das fotografierst ja naja also ich kann ja trotzdem mal was sagen also hörst du mich noch in Chemie ja ich meine auf der einen Seite verherrlichst du den Konsum ja irgendwo oder banalisierst den aber auf der anderen gibt es da schon sag ich mal die Arme die Einstichstellen ist ja schon naja Schäden Verletzungen ich sag's dir mal so wie es ist ich konsumiere intravenös noch einigermaßen normal es gibt Leute und es ist hört sich vielleicht krass an aber die Leute also du gehst ja her du machst ein Wehnsteuer drum und dann ziehst du das Blut an und wenn du es halt reindrückst und zerrutscht brennt und die Leute sind so gierig die drücken trotzdem einfach rein die bekommen so Bollen ich hatte ein Kollege der war letztens bei mir hat was abgeholt glaubst du mir der hat an den Beinen offene Wunden an den Arm offene Wunden dem sein Arm musste die Wehen mussten neu verlegt werden weil er das komplett kaputt geflenkt hat also der hat einfach reingedrückt und reingedrückt und reingedrückt also ich achte da schon ein bisschen drauf aber es geht noch viel krasser übrigens ich kann also ich ich kann die Bilder nicht sehen weil du selbstlöschende Nachricht geschickt hast und ich streame momentan mit meiner Handykamera und kann aufs Handy nicht zugreifen musst du auch nicht machen jetzt müssen wir nicht machen wie du möchtest ja dann lass einfach also du würdest noch sagen du machst noch eine Art Saver Use passt das noch oder eher nicht ich würde mal sagen ja semi safer use jetzt zum Beispiel letztens ich habe noch Ketamin bekommen habe da Ketamin reingemischt und ja hat auch gut geschoben aber es ist halt auch so eine Sache ich weiß so eigentlich sollte man mit dem Konsum komplett aufhören aber es ist halt ich sage immer es ist ein Prozess am Anfang denkst du oh geil 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 ich will immer wieder immer wieder und denkst du dir halt immer wieder jetzt hast du das wieder gemacht warum machst du die Scheiße schon wieder und dann irgendwann sagst du dir halt so mir schreiben Leute an Fragen Elvis wobeikommen wir fliegen bla 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 und ich habe dann einfach keinen Bock drauf so also es ist schon irgendwo der Prozess da wo ich sage ich will eigentlich nicht mehr aber es ist halt schwierig von jetzt auf heute einfach zu sagen nein dann ist es mir lieber ich hole mir ein bisschen was und merke selber jedes Mal dass es nicht gut tut und jedes Mal bin ich von mir selbst entfeucht so und es ist ja schon mal ein Fortschritt sag ich mal ja weil bei dir klingt es manchmal so als ob das alles locker flockig wäre aber ein Leidensdruck ist schon da oder also wenn du wirklich mal in dich gehst geil ist es ja jetzt nicht ich sag es mal so die ersten zwei drei Mal wo es spritzt ist es geil und danach ist es nur noch abgleich danach tust du die Substanz nur noch reinmachen und hast keine Wirkung mehr es ist halt schwierig zu sagen ich weiß auch ganz ehrlich ich weiß auch nicht warum ich das mache ich denke ja ich denke einfach es gab vielleicht gar keinen Grund du hast damit angefangen und jetzt hast du schon so viel konsumiert dass es fast ein Teil deines Lebens geworden ist ja aber ich konsumiere nicht jeden Tag und nicht jede Woche das ist es ja auch also normale Leute hier die ich auch kenne also die die holen sich wöchentlich alle paar Tage was aber ich brauche das halt so nicht jetzt zum Beispiel habe ich nichts mehr ich bestelle mir jetzt nichts mehr aber es gibt ja Konsum oder Konsum also es gibt ja auch Alkoholiker die trinken zwei Wochen nichts und dann trinken sie halt drei Tage lang bis zur Besinnungslosigkeit und brauchen das aber auch alle zwei Wochen weißt du was ich meine ich denke mir aber auch ja aber ich denke mir auch mein Vater ist Alkoholiker dass es auch irgendwo einen gewissen Teil mitspielt weil ich bin halt sag ich mal so für Substanzen oder so sehr gerne zu haben das sagen nämlich auch viele andere die halt auch in der Familie so Suchtprobleme hatten mit ihren Eltern dass das halt eventuell auch übertragen wird naja man man redet ja schon seit Jahrzehnten über so eine Art Suchtgehen was vererbt werden kann oder vielleicht wird dass man da sag ich mal mit einer Suchtkarriere in der Familie schon als nächstfolgende Generation auch ein bisschen vorbelastet ist ist ja heutzutage eigentlich ein Fakt ja und aber das heißt ja das heißt ja nicht dass man sich dem ergeben muss sondern dass man da schon dagegen ankämpfen kann weil ich sag mal so mein Lieber also 10, 20 Jahre wirst du das ja sicherlich jetzt nicht weitermachen oder ich hoffe es mal aber du könntest sich das vorstellen ich sag es mal so ja wenn es halt um diesen Abständen ist ich weiß nicht aber eigentlich nicht ich will das eigentlich auch nicht mehr so aber diese intravenöse Steißen jedes Mal und ich glaube ich habe mir jetzt auch am rechten Arm zwei Venen kaputt gemacht mein kompletter Arm ist komplett dick geworden der ist zweimal so dick wie der linke überall ist rot ist Blut drin ich glaube zwei Venen sind kaputt ja und also da passt jetzt auch eine Aussage hier im Chat die ich gerne mal vorlesen würde ich muss ja kurz mal suchen Moment 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 es ging jetzt gerade sehr gut los Tillmann schreibt Junge ich pack's nicht wie er so einfach Cashwole erzählt als wäre das alles nichts das ist ja auch das also ich mag dich ja du bist ja auch letzten Endes ein lebensfreudiger Typ ja aber du erzählst halt so manchmal Storch ich sie wie ihr Skat in Penispritzen und ihr zwei Venen jetzt zerballert als ob das halt ein Kindergeburtstag wäre aber ich finde das schon ganz schön krass findest du auch so was heißt krass ich sag's mal so das habe ich schon dreimal gehabt ähm dass mein Arm komplett blutunterlaufen ist so und nach einem Monat war es wieder okay also ich denke mein Körper regeneriert sich vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt oder so der eine Kollege von mir der hat fast einen Arm verloren so und ich überlege mir ich sehe ihn halt auch öfter so es ist wir sind halt jetzt keine Konsumentenfreunde sondern ja wir haben erst mal miteinander zu tun sag ich mal unterhalten uns auch sehr viel und reden auch drüber so und er sagt selber wir sind eigentlich dumme Idioten dass wir so eine Scheiße machen eigentlich ja ist das halt einfach so wir spielen jedes Mal wenn wir konsumieren und gerade wir lösen mit unserem Leben so weil was ist wenn da irgendwas drin ist ich sag mal keine Ahnung das liegt bei irgendeinem Dealer rum und ja übertreib mal der hat Rackengift ich weiß nicht irgendwas was für den Körper sehr sehr schädlich ist so dieses Ding geht in den Herz und du stehst dann ist es vorbei weil du weißt ja nicht was drin ist so du siehst es zwar aber du weißt ja nicht was es ist du denkst es ist 3 MMC das habe ich ja ganz vergessen zu sagen ich habe ja den Abklatsch gehabt auf Crystal Meth Abklatsch auf Crystal Meth hat man nicht beredet genau ja doch das war dann da wo ich dachte das war also das war mein Abklatsch und ich dachte auf dem Boden überall ist 3 MMC ich dachte wirklich die sind eingebrochen haben wir 3 MMC genommen und haben es auf den Boden gedrückt ich gehe raus und versuche das mit einer Karte abzukrapfen aber da im Treppenhaus oder was im Treppenhaus ich habe immer gesagt hier überall 3 MMC rum warum ist überall 3 MMC ich nehme das auf ich nehme das auf und wollte mir das sogar noch spritzen habe ich gedacht nee komm warte lieber bis morgen bevor du irgendwas mit so einem Scheißchen machst du hättest dir also du hättest dir den Dreck des Treppenhauses auf dem Boden genau dir rein in die Vene gejagt ja aber ich habe nee lieber nicht lieber warten bis du ja klar im Kopf bist war eine gute Entscheidung mein Lieber ja denke ich mir auch ja und nochmal wir waren ja bei dieser Situation mit dem Zettel durch die Tür durchschieben wo der wieder zurückkam ist das wirklich passiert oder hast du dir das eingebildet das war alles in meinem Kopf alles in meinem Kopf niemand war in meiner Wohnung ich dachte mein Kollege der vorher bei mir war hat mein Zeug geklaut und so weiter hat mir LSD untergeschoben und hat zu dem Zeug verpfiffst ich schreibe ihn so an ich rufe ihn an ich denke mir was hast du für eine Scheiße gemacht was ist los hier ruft er mich an Digga was ist los bei dir ich habe geschlafen und das sind und ich habe zwei Stunden solche Geschichten also ich will nicht wissen was passiert wenn man nach sieben acht neun Tage wach ja da springen dann Leute aus dem Fenster das habe ich auch schon gehört dass die Leute dann sehen dass in den Armen Spinnen sind und dann kommt der Mann vorbei oder sieht das was Spinnen sind und versucht die Spinnen in den Armen abzustechen oder sowas das ist so krass ich lese dir gleich mal ein paar Comments vor also wir haben jetzt noch eigentlich sechs Minuten aber wir schauen mal also Tillmann schreibt das klingt alles schon ganz schön übel wie hoch soll der Leidensdruck denn noch werden ich lese das mal nur vor ok Kosename schreibt warst du bei dem Arzt mit den Venen kannst du gleich mal drauf an warst du beim Arzt wegen der Wehen ich sag's mal so ich war nicht beim Arzt wegen der Venen ich war jetzt bei meinem Krankenhaus und die hatten Probleme gehabt mit Zugang zu legen also die konnten mir quasi fast keinen Zugang legen weil ja ich sag's mal so ich hab dumm konsumiert dann halt Desinfektionsmittel war leer halt drauf geschissen so und dementsprechend waren meine Arme dann weg so und dann konnten die mir keinen Zugang legen dann haben die mir halt irgendwie an den Händen Zugang gelegt gerade so für halt das Antibiotikum aber die haben auch zu mir gesagt entweder ich hör jetzt damit auf ich mach langsam oder es wird halt Richtung Ende gehen Tillmann schreibt ich stelle mir vor wie ich Chemies Nachbar wie ich Chemies Nachbar bin und gerade von der Schicht nach Hause zu kommen um zu sehen wie Chemie Dreck vom Boden im Treppenhaus schafft als wäre es 3 MMC ne ich wohne alleine ich wohne raus ja trotzdem es ist ja schon ein schräges Bild ja also es das ist ja schon also Hand aufs Herz mein Lieber das ist schon ein bisschen ganz schön durchgeknallt ja das ist schon naja Kontrollverlust par excellence aber Gott sei Dank hast du dir das nicht gespritzt ja zum Glück nicht mein Lieber die letzten 5 Minuten let's go was gibt es noch zu erzählen gibt es eine Endbotschaft gibt es eine Message die du noch raushauen würdest weil wir werden ja garantiert wieder streamen ja das schreit ja danach was schreit ja danach ja also es ist halt ich würde sagen am besten niemals mit informellischem Drogen kommst du am Anfang bist du einmal drin bleibst du drin du kommst davon jetzt schnell weg ich hab jetzt 2 Monate nicht intervendisch konsumiert hab's halt wie gesagt versucht nasal zu konsumieren das klingt aber gar nicht klar meine Nase war so fest auf die hat gebrannt die hat so stark gebrannt ich hab angefangen zu weinen weil es so stark gebrannt hat so und dachte ich mir halt so komm scheiß drauf fängst wieder an so wenn du halt einmal diese Hemmschwelle überschritten hast hast du einmal Nadel immer Nadel nicht immer Nadel aber der Trank ist sehr sehr du ich würde auch noch eher Nadel nehmen ganz ehrlich als irgendwie in der Saal zu nehmen oder was wenn ich halt weiß dass Substanz halt sag ich mal Kristalle sind dann ist das für mich auch kein Problem zum Beispiel bei mir ich tue jetzt mittlerweile das 3MC vorauflösen in 5ml oder 10ml und mache da 10g oder 5g oder so und ziehe ich mir mit der Spritze einfach was raus und das ist am einfachsten für mich also quasi ja fix Zucker dein Tipp für Leute was 3MC angeht Leute Finger weg oder was ist deine Botschaft ja am besten Finger weg lassen von den ganzen synthetischen Scheißen wenn sie die Zeit zurückdrehen könntest würdest du die Finger davon lassen ganz ehrlich ich würde es nicht lassen ich kenne mich ich würde es trotzdem probieren habe ich mir gedacht Tillmann schreibt alles Gute dir Chemie pass auf dich auf ich finde du bist ein echt sympathischer Typ und fände es extrem schade wenn es bergab mit dir gehen würde finde ich auch mal schöne Aussagen mein Lieber oder? ja also ja es geht ja so ein bisschen bergauf bergab bergauf aber eher aufsteigend du würdest sagen es geht bei dir bergauf mit Unterbrechungen wo es kurz mal bergab geht aber dann geht es auch wieder hoch ja das ist ja ganz normal wenn du halt so wenn du halt konsumierst natürlich geht es nicht immer bergauf aber wenn du halt immer weniger machst und versuchst damit aufzuhören ist es auf jeden Fall eine Steigerung okay also was war die Grundessenz des heutigen Streams Chemie boah ich weiß gar nicht mehr meine Erfahrungen mit 3 MMC und ähm mein Wunsch intravenösen Konsum zu lassen hat noch nicht gefruchtet aber ich nehme es mir weiterhin vor so kann man das sagen ja ja okay gut mein Lieber dann also ich würde mal sagen wir streamen dieses Jahr schon nochmal ja also im Dezember könnte ich mir vorstellen wenn du Bock hast gibt es ja sicherlich auch wieder was zu erzählen dann möchte ich dir sagen dass ähm ja ähm du viel Zuspruch bekommen hast viele Leute haben dir zugehört kannst du jetzt gerne noch was zur Community sagen wenn du möchtest da gibt es ja für mich nicht mehr so viel zu sagen okay also ist es für dich heute auch rund und okay wenn wir erstmal den Stream heute beenden ja genau okay gut mein Lieber du bleibst noch kurz in der Leitung ja wie immer ich sage erstmal Tschüss für euch Leute vielleicht gibt es heute Abend noch einen Stream ich weiß aber gerade gar nicht ob ich da recht Bock drauf habe ich fühle mich auch ein bisschen kränklich definitiv wird es morgen 11 Uhr einen neuen Bali Stream geben über Siggi und Patrick wir wollen Spenden sammeln bitte bitte kommt da rein es sind schon 100 Euro gesammelt worden und geht auch an dich Himi wenn du da mit Bock hast dabei zu sein also spätestens morgen 11 Uhr sehen wir uns wieder hier und wenn ich Bock habe dann heute Abend nochmal 19 Uhr ähm war ein guter Stream mein Lieber und ich sage erst mal bleibt sauber und passt auf euch auf Peace out bis später Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal